Ihr wolltet wissen, von wann die 98er Karabiner sind. Das Gewehr 98, welches kein Karabiner ist, ist von 1898. Der K98 Artillerie ist glatt von 1900. Der K98 Cavalry ist von 1901. Der K98 Groß A ist von 1904. Der K98 Z ist von 1907. Der K98 Az ist von 1908. Der K98 Klein A ist die gleiche Waffe wie der K98 Az, also von 1908. Die Umenennung kam allerdings 1921. Der K98 ist dann von 1921. Der K98 B ist von 1923. Der Mauser Standard ist von 1924. Der K29 ist von 1929. Der Mauser Banner ist von 1933. Der K98 A, nicht zu verwechseln mit dem Kar98 Groß A oder dem Kar98 Klein A, ist von 1935. Und zum Schluss der bekannte K98 K ist von 1935. Nein, das ist von 1935. Untertitelung des ZDF, 2020